Ok Leute, hier sind wir wieder. Mir fällt direkt auf, dass da der Zaun umgekippt ist. Der Kasten ist auf, auf. Ok. Oh, diese Musik? Wir konnten ja eben gar nicht sehen, was der Elektriker hier gemacht hat, der hier gearbeitet hat. Aber ich vermute mal, dass wir vier brauchen. Wir müssen irgendwo noch was suchen. Ich muss noch ein bisschen um. Hier die Kiste, da war ja dieses... genau. Ah. Ok. Ok. Da wird es schnell. Ok. Ich muss mir das trotzdem da mal anschauen. Ok. 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 Was haben wir denn hier, T20 2Y2, kann man die auch umdrehen, ne die setzen sich immer so hin. 2, 3, 4, also fehlt uns die 1 würde ich mal raten. Mehr kann ich jetzt auch gerade gar nicht machen. Schauen wir mal, wo uns das Ding hier hinführt. Was liegt denn da noch, dann kann ich das auch geben, ja, bald in der Zeitung. Die Bevölkerung hat auf einmal Kopfschmerzen bekommen, ja, ist klar wenn man da hier so eine Senderanlage betreibt. Hier ist ja auch nichts mehr, ok, packen wir uns jetzt das Teil nochmal. Kann ich jetzt weiter gehen oder bleibt mein Rucksack da liegen? Ne, ok, ist das schon mal gut. Also da wird es schneller, hier wird es langsamer. Ich möchte trotzdem irgendwie nichts hier verpassen oder vielleicht. Was geht da? Graslazian oder sowas? Na komm. Der hält dir wohl komisch. Ok, so kann ich die besser halten. Dann nehme ich mir das hier in die Hand und dann gehen wir. Enlightenment leads into a quark hole. Viel ausstreuen macht sie jetzt nicht. Ok, wir folgen dem. Fangen mal so komisch merkwürdige Geräusche. Wow. Ok, wir haben was gefunden. Das kann man hier jetzt machen. Eins, zwei, drei. Ok, wir probieren einfach mal ein paar Sachen. Also wir haben hier Schalter. Wir haben farbliche Markierungen. Ok, ich habe gerade ein Eins hochgemacht. Ich stürze das Ding aber wieder ab. Ok. Machen wir erstmal drei hoch. Was passiert jetzt? Auch nichts. Ok. Jetzt haben wir den hier markiert. Jetzt drücke ich nochmal eins. Ah, und schon bleibt er da. Ok. Ok. Jetzt markiere ich die beiden hier. Das ist irgendwie 3 in Error, oder? Und jetzt nochmal eins. Ok. Ok. Also man muss immer einen wegnehmen. Ich probiere es mal. Ok. Ok. Das ergibt jetzt Sinn. Mal springen weg. Und jetzt steigt das immer weiter. Ok. Ok. Der gehört zu rot. Also wäre das der hier. Ok. Und jetzt müssten wir bis auf 70 kommen. Ok. Das ist jetzt nichts mehr, oder? Ok. Lass uns nochmal kurz irgendwo anders hingehen. Wir lassen uns erstmal so hier. Also irgendwas haben wir ja jetzt geschafft gerade. Würde ich mal was vermuten. Oder Knarz. Hier ist der LKW, den wir eben gesehen haben. Von da oben, glaube ich. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Wir müssen bestimmt für den einen Kasten irgendwas finden. Ok. Hier habe ich jetzt auch nichts aus der Kiste. Kann ich aber auch nicht aufmachen oder so. Ok. Hier ist auch nichts drin. Das kommt nicht mehr hoch. Ach, der ist gut. Ok. Müssen wir hier lang gehen. Ok. Das Radio geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Ok. Jetzt haben wir hier so eine mega Sendeanlage und wir kriegen keinen guten Sender rein. Ok. jetzt Mad anos.... Was passiert. height auf? revolvieren Das müssen wir besser reinkriegen, kriegen wir nicht, okay, 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 aber er meinte gerade ich soll zurück zum Kasten und ich soll nichts, man war abgebrochen bevor ich und dann war wieder abgebrochen, also man muss irgendwas machen, wir gehen noch mal hier lang, vielleicht ist schon creepy, muss man sagen Hier ist eine Hexnöte Ich bin nicht sicher, ob ich schreit oder ich noch hoch bin Wo sind Sie? Ich erinnere mich, wir waren auf einem Boot und ich wuchs in... 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 in eine Greenhouse oder so Es ist eine Freakin' Greenhouse, man! Wir waren auf einem Boot und jetzt bin ich... hier! Amongst diese weird plant things and laboratory junk, there's a sign... Rostock... What the fuck, man?! This is so fucked up... I never thought I'd get into such weird shit... I have to find my six... Valerie! Are you with me? Max? 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 Hallo? Hey, hey! If you are with me, please press one! Please! Alright, glad to hear that! Before it gets worse, let's meet over at the canyon! On the right side of the pond, next to the... Ist alles abgehakt! Also das sieht aus wie ein Faradayischer Käfig hier! Ich will jetzt auch gern nix großartiges mehr machen, ne? Die Straumauer, da waren wir eben... Ist hier der Kasten, wo wir waren? Bin mir jetzt nicht sicher... Okay, scheinbar... Wir müssen auf jeden Fall weiter... Denke ich mal... Ja... Wir haben alle Spaß hier... Wir sind hier im Wasser... Ist aber nix... Das ist aber gar nicht wie groß das Areal hier ist... Ich glaube, wir gehen können wir immer noch... Jetzt hab ich die Hände verdreht... Da... Muss man erstmal mit leben... Wir gehen mal da... Nein... Das sieht ja eigentlich vielversprechend aus... Da müsste ja irgendwo... Was sein, was wir brauchen können, oder? Auch nicht... Okay... Hier kann man auch nicht hin... Hier kann ich nicht weiter... Okay... Das ist vielleicht die Grenze... Hier ist keine Brücke mehr... Hier geht es dann also auch nicht weiter... Was ist das für eine Anlage da? Uiuiui... Hier ist noch ein LKW... Kann man aber auch nichts machen... Wir probieren die Brücke jetzt mal hier... Ich hab kein gutes Gefühl... Sollte man irgendwie so Seilbahn mäßig sein... Ich weiß es nicht... Die Motoren finden Seilbahn... Okay... Das sieht ja gut aus... Vielleicht kommen wir da irgendwo rein... Wir bahnen uns unseren Weg hier... Keine Ahnung was das für ein Teil ist hier... Sieht aber... Ziemlich nach Hochspannung aus... Bleib da Hunde... Na komm... Shutting down in Blythman... Der Sowjet-Research-Center... Was closed after 36 years of maintenance... Okay... Wir haben das Ding hier... Oh... Wir haben das Ding hier platt gemacht... Aber hier ist ja auch nichts mehr... Außer dieses Teil... Und da kann ich ja nichts machen... Wir kommen von der anderen Seite ran... Von der Seite hier... Dann stören wir sowieso... Ne... Ist alles zu... Okay... Da ist die Brücke kaputtet... Vielleicht kommen wir hier hoch... Ich denke mal hier ist auch... Kartenende... Okay... Ich bin wahrscheinlich schon... Ein Stück zu weit gegangen... Aber hier hat man auch nicht... Großes Anhaltspunkt oder so... Was man jetzt machen soll... Die Sound-Effekte sind ja Hammer... Okay... Dann gehen wir mal zurück... Wir haben ja noch immer diesen Kasten da hinten... Kann man hier nicht lang... Ne... Okay... Wir haben es nicht mehr... Okay... Man ist schon sehr begrenzt hier... Wo man lang gehen kann... Auf jeden Fall... Aber trotzdem relativ weitläufig... Als Ganze... Was haben wir hier... 160... Ist noch irgendein... Vielleicht finden wir hier irgendwas was wir brauchen... Boah ey... Die Effekte sind nicht gut für mich... Oh... So... Over... The Horizon Radar System... Booga is not a Radar... Mhm... There are concerns about the... Signation of the... Masteran Facility... Enlightenment powers are true... Das sind... Ne... Okay... Da kann ich jetzt noch nichts rein... Kann ich hier tauchen... Auch nicht... Okay... Kann ich hier hoch... Nein... Muss wirklich den Weg wieder zurückgehen... Okay... Da ist die Hütte... Schauen wir mal da... Okay... Das sieht aus wie Lüftungsanlage... Vom Bunker... Am besten man dreht sich hier echt nicht um... Und wo geht's lang? Nicht da... Okay... Dann gehen wir mal wieder zurück... Mal irgendwo wieder hin kommen wo wir uns auskennen... Wie da war der LKW... Okay... Jetzt sind wir wieder am Anfang... Da ist die Hütte... Aber da war ja auch nichts mehr zu tun... Ah... Da fehlt da, oder? Ja... Das ist unser paradiesischer Käfig... Okay... Jetzt hat man da eben... Hinten so eine... Höhle gesehen... Da können wir jetzt mal hin... Genau hier... Ich fühle mich irgendwie sicher... Aber blöd ist... Dass man das die ganze Zeit festhalten muss... Die Taschenlampe nicht... Aber das Ding hier... Okay... War sehr beklemmend... Mit diesen... Radiogeräuschen jetzt... Höhle... Wow... Okay... Was ist das? Keine Ahnung... Abgeschlossen... Schauen wir mal kurz... Was da ist... Funk... Ne... Morse... Aber ich kann hier nichts anfassen... Was ist ein Telefon... Ist auch nichts... Aber Schublade... Kann ich nichts... Bewegen... Was kann man denn hier... Kriege ich auch noch wieder ein Bild... Keine Ahnung... Wer da drauf ist... Tesla Tower Blueprint... takes 2... 3... Jo... lich... ... Keine Ahnung, für was das gut sein soll. Ach, musste ich mir im Rucksack packen, oder? Ja. Also diesen Tower haben wir ja wahrscheinlich eben draußen gesehen. Dann gehen wir mal wieder nach draußen, oder? Wir können ja hier nichts mehr machen. Da geht es noch links. Das schauen wir uns jetzt noch mal kurz an. Okay. Dann mal zurück zum Kasten. Oh, die Geräusche machen eine Irre. Aber sieht schon cool aus. Jetzt gehen wir noch mal hinten zu unserem Kasten da. Da war er. Okay. Wenn wir jetzt hier irgendwas machen... Slot. Ach du Scheiße! Okay, da bringt das auch nichts mehr. Okay, so Automat App. 79 81 83 85 85 Untertitelung des ZDF, 2020